Hallo bei 8G-Kritik, heute gibt es endlich mal wieder ein neues Video hier auf diesem Kanal und zwar haben sicher einige von euch gemerkt, die letzten Tage kamen mal wieder ein bisschen weniger Videos, das lag darin, dass ich mal wieder krank war und zum anderen habe ich mir einfach noch den einen oder anderen Ferientag hinterher gegönnt, damit ich mal ein bisschen entspannen kann. Das hat sich auch ganz gut angeboten an der Stelle, denn in den nächsten zwei Wochen kommt einfach so viel auf mich zu, wo ich auch auf jeden Fall eine Kritik zu machen will, sodass ich jetzt einfach mal ein bisschen Zeit hatte zum entspannen. Und jetzt beginnen wir einfach wieder mit der Blu-ray zu X-Men Zukunft ist Vergangenheit bzw. Days of Future Past und machen direkt eine Sache anders und zwar habe ich jetzt einfach das Packshot und das Plakat vor euch geklatscht und werde jetzt dazu über das Mikrofon was sagen, denn der Greenscreenraum wird gerade umgemodelt und jetzt kann mich auch keiner mehr anmeckern, weil irgendwie das Bild irgendwie ganz komisch ist, weil eben die Blu-ray durchgekeyt wird. Insofern werde ich jetzt gar nicht so viel zum Äußerlichen der Blu-ray sagen, da habe ich sowieso nur die Blu-ray in so einer Verpackung bekommen, ohne irgendwie die Originalverkaufsverpackung. Insofern werde ich jetzt einfach direkt zum Inhalt gehen und zwar geht es in X-Mans Zukunft ist Vergangenheit natürlich um die X-Men, die sich diesmal zusammengeschlossen haben, also gut und böse, denn es ist ein Krieg herausgebrochen mit, oder die Menschen gegen die X-Men und die Menschen haben eben die Sentinels mithilfe der Mutanten oder beziehungsweise der DNA der Mutanten entwickelt und die sind einfach verdammt stark und können im Prinzip jeden X-Men irgendwie vernichten und um diesen Krieg eben zu beenden, reist Wolverine alias Who Jackman, You Jackman in die Vergangenheit, um dort eben die Ereignisse so zu verändern, dass es in der Zukunft keinen Krieg mehr gibt und ich muss sagen, ich war von Anfang an von diesem Film, ich sag mal, ja, fast schon begeistert, weil einfach der Cast wahnsinnig gut ist und dann eben auch endlich mal die Geschichte wirklich mitreißend spannend war, ich sag mal, auf den Punkt erzählt, also man hat jetzt wirklich gar nicht so viele unnötigen Run-Stories drin, sondern es ist wirklich alles spannend gemacht und irgendwie hat man wirklich überall mal spannende Szenen, mal wirklich auch traurige Szenen und das Ganze fand ich, richtig gut gemacht und es war wirklich einer der besten, ja, X-Men-Filme aus diesem Universum und ich muss eben nochmal betonen, die Besetzung ist einfach wahnsinnig gut, da hat man Leute wie You Jackman, Jennifer Lawrence, James McAvoy oder natürlich auch Ian McCann und auch in den kleineren Rollen sind wirklich bekannte Leute wie Halle Berry und das hat mir auf jeden Fall ziemlich gut gefallen. Jetzt, um jetzt aber mal zur Blu-ray zu kommen, muss ich sagen, das Bild ist auch wahnsinnig gut und vor allem auch der 3D-Effekt, vor allem diese einen Slow-Motion-Szene, die Leute, die den Film gesehen haben, wissen, was ich meine, die wirkt auch auf dem Homescreen noch immer richtig geil und natürlich nicht ganz so gut wie auf der großen Kinoleinwand, auf der Kinoleinwand, Entschuldigung, aber es hat auf jeden Fall ziemlich gut gepasst und hat mir auch ziemlich gut gefallen. Insofern muss ich sagen, ist das eine richtig gute Blu-ray mit einer richtig guten Qualität und der Film ist auf jeden Fall auch zu Hause zu genießen, auch wenn das Ganze natürlich jetzt, ich sag mal vom 3D-Effekt, nicht ganz so episch und cool ist wie im Kino, aber das finde ich gar nicht so schlimm, es passt auf jeden Fall alles, auch der Ton war ziemlich gut und dann sehe ich auf jeden Fall da einen Daumen nach oben, das seht ihr zwar nicht, aber ich sage es euch einfach mal und jetzt gehen wir nochmal ganz kurz zu den Specials und da muss ich leider sagen, war ich richtig entschuldigt für den kleinen Cut und zwar sagte ich meiner ersten Version, die ich hier voraufgenommen habe, dass es auf der Blu-ray überhaupt keine Specials gibt, doch das stimmt nicht ganz und zwar gibt es eine Presseversion, und eine exklusive Verkaufsversion, bei der normalen Verkaufsversion gibt es eben jede Menge Specials, da gibt es eine extra Blu-ray nur mit Specials und da sind zum Beispiel Aufnahmen dabei, wie eben diese Slow-Motion-Sachen entstanden sind, wie der 3D-Effekt genutzt worden ist und wie das Ganze am Set aussah, insofern gibt es auch, wenn ich die Specials nicht gesehen habe, für mich einen klaren Daumen nach oben, der Film ist super, die Qualität der Blu-ray ist absolut toll und wenn es auch noch Specials dabei gibt, gibt es für mich auf jeden Fall einen Daumen nach oben und jetzt spende ich das Video, was haltet ihr von der Blu-ray, werdet ihr euch das Ganze kaufen oder eben auch nicht, schreibt mir das bitte unten in die Kommentare, ansonsten gibt es morgen noch mal eine Kritikation. von mir und entschuldigt, wie gesagt, dass es heute ein bisschen anders läuft, aber ich finde es gar nicht so schlimm und wie gesagt, alles in die Kommentare, ansonsten lassen wir das, bis demnächst.